Die Lichter ist weg. Ich wette, dass jemand seine Elektro-Bilden nicht bezahlt hat. Also, alles scheint sich zu diesem chinesischen Geheimdienst verbunden zu sein. Es macht diesen Ort wie ein properer Office aussehen. So, ich hoffe mal hier, naja, wir werden sehen. Äh, Telefon. Das ist, was die Telefone in den Tagen sahen. Ähm, ich meine, jetzt. Kleber. Kleber in eine Botte. Sehr praktisch. Ich wette, diese Kleber wird sinnvoll. Better take it with me. Na bestimmt. Oh, eine Flasche hier. Achso, die können wir nur angucken. Bleibt da für Forschungswürde. Genau. Um zu gucken, wie viel Luft da reinpasst. Wir gucken mal den Tisch an. Es ist eine Unterstützung für seine schweren Hände, wenn er rauskommt. Ha, ha, ha. Ponk. Die Tasse. Die sieht auch. Es steht FBI. Ich wette, es steht für Federal Bear Investigation. Ha, ha, ha. Naja, passt ja. Was mit der Lampe? Hier sehen wir eine Lampe in ihrem naturalen Habitat. Mhm. Klingt gefährlich. Okay. Fenster. Well, since this office is in my closet, that window there is for purely decorative purposes. Where's the light coming from, though? Mhm. Das wird langsam interessant, ne? Ventilator. Können wir denen was machen? Ventilator? Verwenden? Nö. Aber hat Ted eigentlich die Narben von dem Unglück mit dem Häcksler, oder wo hat er die her? Können wir ihn nochmal angucken? My former partner, Ted E. Bear. Ted E. Bear. Sehr schön. Was ist mit dem Plattenspieler? Ach nee, lass ruhig laufen. Auch wenn ich da bestimmt hier gleich wieder ein Claim kriege. Ähm, aber es passt so schön hier ins Abinente. Wir gucken uns mal die Klamotten an. These are my clothes. Ah. The colors are more on the bright side, but I can't help it. I love vivid colors. Ja, total. Ist, äh, ein Spektakel, sondern das gleiche. Warum zischt hier oben eigentlich immer so ein Ding da rum? Weil wir hier irgendwas machen können, oder was? Okay, wir können bestimmt, wenn wir, warte mal, können wir vielleicht hier mit das da rein? Do what with it? Ähm, das? Aha. Ich habe meine Mom's Gläser gebrochen. Aha. Ich habe jetzt besser benutzt für dieses Lens. Aha. Ich denke nicht so. Okay, dann hier rein. Das wird nicht halten. Ich brauche ein bisschen Adhesiv. Ja, das wollte ich ja. Hier geht's. Jetzt brauche ich nur ein Lens. Ja, ja. Dann schmieren wir das mal da rein. Voila, ein perfektes Krim. Ted will nie wissen. Mhm. Sehr schön. Haben wir schon mal die, ähm, Dings zusammengeschustert? Und die Lupe wieder. Die Maske. Was mit der Maske? Es ist meine Feldhockeymaske. Mhm. Mein Freund Jason will sie kaufen. So far as I'm concerned, er kann es haben. Was ist das worst, das kann passieren? Ja, genau. Das ist kein Problem. Sehr schön. Ich fühle mich wirklich nicht genug Schuhe. Und nein, das ist kein Stereotyp. Es ist nur ein Fakt. Was? Das muss Ted sein. Ich habe das für Flint. Mit meinem eigenen Geld. Ich habe das Gefühl, es ist ein Garten-Superhero. Es ist eine sehr blöde und depresende Geschichte. Ich habe noch meinen Magnifier gefunden. Nein, noch nicht. Hast du es wirklich? Hast du wirklich meine Hilfe? Okay, gut. Das ist nicht mein Magnifier. Ist ja egal. Was meinst du? Es ist ein Magnifier. Es magnifiziert und alles? Richtig. Nein. Das ist mein Magnifier. Mit dem Lens verloren. Ich bin sicher, dass du vorhin vergangen hast. Du hast das Lens mit deiner Moms Flaschen verwendet und sie zusammen mit Kindesglue verwendet. Der ist gut. Der ist gut, der Kleine. Okay, egal. Das wird es tun, ich glaube. Lass uns gehen. Cool. Er hat keine Füße. Okay. Sind wir also wieder da. Können wir ihn jetzt irgendwie mit ihm was machen? Wechseln? Wir sollten mit Flint's room, doll. Ja. Wir reden nochmal mit Millie. Oder? Reden wir nochmal mit Millie? Ja. Ah. Ah. Okay, forget it. I'm going back to the office. Mr. Bear, I know you wouldn't let Little Miss wander around alone. Now would you? Why? Is your exaggeration after her? Listen here, Mr. Bear. Little Miss needs your help. Her brother is missing. Now you clean yourself up, get your head straight, and help her out. Or else. Yeah, that's right, Mr. Bear. Sure. Gang up on me. Anyways, we should get going. I don't have all night. Sehr schön. Hat er ein bisschen eine Ansage bekommen. Okay, cool. Hätte ich mich fast an meinem Kaffee eben verschluckt. So, wir gehen hier mal raus in den Westflur. Let's head out. Watch my back, Ted. Yep. Was zum Teufel ist das? Seltsame Dekoration. Sind wir in einem Schuh? Oder in einem Mieder? In einer Korsage? Keine Ahnung. Sehr, sehr seltsam. Gemälde. Mal gucken. It's a fishing village. Somewhere on the coast of Norway probably. I'm so glad I got dragged out in the middle of the night to look at the paintings hanging in your house. What else am I going to do? Right? Ja, man kann da wohl mal gucken. The use of the color green is what makes this painting stand out. It's just so vivid and beautiful. You can almost taste it. Mmm. Ich schmecke grün. Sehr schön. Gut, was haben wir hier? Eine Pflanze, auch grün? Glantae regularis. Mhm. A common plant found in most households, I guess. Okay. Was? Sandwich? It's a ham, bacon, lettuce and mozzarella cheese sandwich on pimento bread. It's mounted on my wall and it shines. So it's like a sandwich that's also kind of a lamp. Was zum Teufel? Da hängt ein Sandwich an der Wand? Ernsthaft? Und was ist das? Eine Lampe. Okay. A lamp. Nothing else to it. It shines. I can see where I'm going. But if I can see where I'm going, that means I'll hardly ever get lost. So, this lamp is like a beacon, reminding me that wherever I am, I can just look around and I'll find my way back home. Rein empirisch gesehen hat's recht. Man kann sich anhand, ne? So, genau. Sandwich? Das ist, äh, ein bisschen sehr strange. Ähm. Kiste. Kiste. A box filled with all sorts of stuff. Ja. All the imaginable useful things I need right now to solve this mystery. Packed inside a single cardboard box and left in the middle of the hallway. It's just closed, doll. I know. Haha. Können wir da vielleicht hier mal mit unserem Messer ein bisschen? I can't use that. Warum eigentlich nicht? So doof. Noch mehr... Was ist denn mit der Uhr hier? An old clock. My grandfather bought this. Or wanted in a duel at dawn. Can't really remember. It's a beautiful clock though. Hm, die aber so bis Glasbehälter, die immer ein bisschen komisch. Ah, zieh mal dran. Oh, okay. So, gucken wir uns mal diese komische Dekoration an. That's just... It's just weird. Ja. Yep, it's weird. Dachbodentür, da kommen wir nicht ran. Eine Tür, die zum Atten führt. Nein, wirklich. Das ist alles, was es gibt. Es führt zu dem Atten führt. Deshalb der Name, die Attenkirche. Ja. Das ist naheliegend. Noch mehr Kisten mit Klamotten? Natürlich. Flints Zimmer, ne? Das klingt ja, als wenn wir hier rein müssen. Husch, husch. Wait, it's locked. But why? Naja. This is mighty suspicious doll. Wasn't there a hole in the study wall? You know, that one that used to crawl through when you were younger. You're right, Snoop. Maybe I can still fit through. It's worth checking out. Ja, dann gucken wir mal. Ansonsten schieben wir halt den Teddybären durch. Oh. Wer bist du? Rusty. Hallo Rusty. Rusty. Okay, Rusty sieht jetzt nicht so aus wie die hellste Lampe im Laden, aber wir gucken mal. Hey there, Rust. It's been a while. Sure has, Snoop. Still walking the beat? Not lately. I finally took some time out to sort things out. He's pretending he's retired. It takes a lot out of him, apparently. Well, you couldn't have picked a worse time to retire, Snoop. Things are getting close to Boiling Point down in the city. What's going on, Rust? Wish I could tell you, Bear. I'm as clueless as the rest of them. One thing I know is that I was working at the steel mill one day. The damn place got blown up. What? Weißt du etwas über den roten Mann? Wir haben gehört, dass in der Stadt Ausgangssperre herrscht. Hast du Flint gesehen, Rusty? Weißt du irgendwas über den gelben König? Über den wissen wir ja selber noch nichts. Wir fragen erstmal nach dem roten Mann. We've heard rumors about some red man. Oh. Know anything about that? I sure do. He's the damn reason all this is happening, Bear. Okay. So this red shows up down in P.C. This was a week ago. P.C.? He goes after the thugs first. Gathers information and such. No one thought nothing of it. Couple of beaten up lowlops here and there. It's a common trade with these guys, you know? Then, the fires started. You hear a couple of guys down from the coal district gather the posse. Try to corner this bear. No one heard from them since. And those guys are miners, Bear. They're as tough as nails. Who is? Those guys, Ted. What kind of information is he after? Well, here's the funny part, Snoop. I heard he was asking a lot of questions about our beloved miss here. That's why I'm here. After Doris and the kids left the city, I figured I'd come here and make sure Amber stays safe. Now, don't you be dragging her on one of your ill-advised adventures, Bear. Are you kidding me? Anyways, why would this guy be going around asking about her? You know anything about this, doll? Anyone whose life you're messing with? Besides mine, I mean. Angry boyfriend, perhaps? Don't get smart. I never heard of this red guy until tonight. Besides, you're the only man in my life, Bear. Who's getting smart now? So, what kind of information is this guy after, Rust? Haven't I told you about this already? He's asking about our little miss here. Is he all right? He's fine. He's just sleepy and grumpy and like totally not drunk. I'm fine. I'm just sleepy and grumpy because she dragged me out in the middle of the night on some wild goose chase. Nice to see you two getting along after all these years. More or less. We're going to ask Flint. Or are we going to ask the... We've heard the city is in lockdown. Sure is. It's been like that since the mill exploded. The official statement is that there was a gas leak down in the basement level. We all know better. Mhm. Mhm. Du glaubst also, dass jemand etwas zu vertuschen versucht, im Moment verlässt und betritt also niemand die Stadt? Wie bist du entkommen? Mhm. Wir fragen mal das. So you think it wasn't an accident? You think someone is trying to cover something up? I wouldn't go that far miss. My suspicion is that the officials don't want to make a big deal out of it. Keep the folks at ease. What about the mill owner? That Dietz fellow. He made any enemies lately. Filed any big insurance claim or something. Nah, Bear. Mr. Dietz is a straight up bird. Besides, his son was down at the mill when it happened. He hadn't got a little air buzzes all. Mhm. Mhm. Das mit dem Stadt verlassen. So no one leaves or enters the city at this point? That's what the lockdown implies, Bear. Folks are still escaping though. I hear some of them got here through the tunnels. Them mugshot boys were the first to flee. And poor old Millie. I hear she got here safe. Millie's in my room. She's resting. Bless your kind heart, little miss. I'll stay here in the hallway. Keep an eye out. Can you do it, Rust? You seem kind of tired. I ain't nobody, little miss. Some buster tries to pull a fast one on me. I'll give him a little chin music before I drop a dime on him to the elbows. Um, what? He's saying he can do it. How did you escape? I used the East Tunnel maintenance shaft. But the thing was getting close to collapsing. I think that closes off completely after I got through. Okay. Verstanden. Hast du Flint gesehen, Rusty? Have you seen Flint, Rusty? Millie told me he might be missing. I'm sorry, little miss. I'm afraid I haven't seen your brother. But I'm sure he's fine. Flint is a tough kid. Besides, no one has left or entered this room since I got here. Und wie lange bist du da schon da? Weißt du was über den gelben König, aber was ist der gelbe König? You know anything about the yellow king? Not really. I guess they left the thing wide open. Like open to interpretation. I personally didn't think much of it. Okay, ciao. Well, we better get cracking. Catch you later, Rust. Sure thing, Snoop. Thank you, Rusty. Bye. Bye, little miss. Don't worry about your brother. I'm sure he's alright. Mhm. Mhm. Gucken wir uns mal an. Rust. Rust. Okay, er ist äh... Doch scheint ganz ne... Großes Herz zu haben. Und auf uns aufzupassen. Das... Arbeitszimmer. Hier ist das besagte Loch in der Wand. Okay. Schauen wir uns mal um. Ein... Die... Wir gucken, wir fangen mal an. Ein Buch. Titled... It's a wonderful lie. The judicial system and how to exploit it for profit. So many stupid words. I hate boring books. Du solltest es lesen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. It looks pretty. The sand. I bet came from somewhere far away. That dimwitted boy sells these down at the local market. So the sand probably came from... Nope. Somewhere far away. Maybe some desert. Sure. The desert. Ganz bestimmt. Gucken wir mal, was im Schrank ist. Was ist das? Hey, ein Flashlight. Oh. But there are no batteries inside. There are bound to be some in the house. We can ask Rusty if he'll give us one of his. I'll take the flashlight with me. Okay. Und wir haben ja schon, deswegen zappelt er hier oben schon wieder. Das machen wir mal da. This won't work. It usually takes two or more of these. Ah. Verstehe. Okay. Gut. Also Rust scheint batteriebetrieben zu sein. I just love these old paintings. If I fail in my quest to become a world renowned novelist and Pulitzer Prize winner. Maybe I'll become a painter. Sure. Are they letting just anyone be a painter these days? Hey. I'm only ten years old. Ah. The world is my oyster. Ah. Okay. Jetzt haben wir mal so einen kleinen Arztpunkt. Hier liegt ein Schlüssel. Den nehmen wir gleich mal. Let's uns mal angucken. Ah. There is a small key up there. It looks lonely. I guess you could say. It's just hanging around. Hahaha. Sehr schön. Sehr schön. Wer's nicht verstanden hat. CSI Miami. Ähm. Kann man den nicht nehmen? We'll have to find another way. Okay. Anscheinend nicht. Die Lampe. was? Wer's? I'm one of the developers for bear with me. I... I didn't want to do it. They've made me. Please send some... Oh no. I can hear him coming. Was? ähm, okay wow, that's just disturbing ja, äh, absolut kranke Typen spielt er das noch mal ab? ja, kann man okay, na, es reicht ach, okay, Soundfile kann man nicht skippen gut, wir gucken uns noch mal weiter um ja, nun mach, komm, Miss wow, that's just so, Bücher, was mit den Büchern? mein Grandpa's Bücher ich weiß, du sollst nicht ein Bücher über ihre Koffer aber diese sind so schade was mit dem Globus? so viele Pläne zu besuchen wenn ich viel Geld hatte, würde ich das schade und schade nach wo meine Finger lande hoffentlich nicht in der Mitte des Atlantischen Ozeans wenn du Glück hast, triffst du eine Insel gucken mal na, da hat's aber richtig Schwung geholt nochmal, kann man da noch was machen? let's take this bad boy for a spin hm, nicht wirklich okay, Zigarrenkiste ew, Zigarren sind gross aus allen Plänen in der Welt der Flavor-Kundheit scheint mir das nicht geöffnetes Buch ach, geöffnetes Buch Lex-ini-usta-non-es-lex funny-made-up-words although they have a certain righteous ring to them äh, Glas highly breakable believe me, I know nothing interesting about it Erfahrung mit Glasern eine Lampe just shining away I have a similar one in my room you have the same lamp in your room it's just asset reuse those lazy artists copy-paste, okay ah, guck mal hier sind Bücher und hier ist ein Buch das ist ja schon mal ein bisschen verdächtig Absolut nicht und klingt extrem spannend so, ähm Anubis-Statue was ist mit der? It's Anubis Protector of the deceased it's so common you would think people have an almost unnatural fascination with death okay, guck mal hier können wir mit dem irgendwas machen stupsenderweise oder so plunk okay sie scheint sehr stabil zu sein wenn sie gleich ein Loch in den Boden reißt es ist ein Nummer geschrieben unterhalb 107 was bedeutet das? 107 ist das Polizkode für einen unkonsenswert oder eine totale Person das ist ein bisschen schrecklich ich mache die Regeln ich schaffe nicht sie auch nicht schaufe nicht okay Pflanzen mit schaufen Blättern es wird aus dem Sand sind Sie nicht perceptive, doll? Sie sollte ein Detektiv sein und Sie sollte eine 10-jährige Mädchen sein denn Sie würden eine äh, Vase es sieht sehr aha ist hier mit den Büchern irgendwas los? meine Großbrüche ich weiß, dass Sie nicht über die Regeln okay ist hier noch wieder ein Buch einzeln? nee, ne? ich glaube nicht nee ein Gemälde I've always loved this painting it looks familiar in a way I feel like I've been there before aha yeah how come you're not in it hm ist das etwas? it's a decorative plaque of some sort or an award for wood chopping I don't really know kann alles sein was ist hier noch drauf? it's a small boat in the middle of a storm I hope they made it out you know how they say doll it's not the size of the boat but the motion in the ocean what does that even mean? I think it means that it doesn't really matter how big the ship is it will probably sink if the storm is strong enough such a tragedy mhm äh schön zweideutig it's a small house in the country it looks so peaceful there I wish I had more time to appreciate every piece of art I come across naja ich gucke nur aber vielleicht gibt's da da irgendwelche Hinweise oder so dann gehen wir doch mal ins Loch äh durch das Loch in der Wand this hole leads to Flint's room it's covered in cobwebs though that's so gross go in Ted and check it out I'll wait for you here I'm sorry doll as much as crawling through spider-infested holes sounds appealing to me I have to pass see spiders tend to nest in my fur and then I have to take a bath and go through this whole fumigation process it's a mess I can't use that ähm mit ihm reden we should talk to rusty he may know something that could help us out mhm oder können wir die pflanze nehmen können wir nicht gut wir kommen hier oben auch nicht gibt's eigentlich sowas wie hotkeys mit leertasten nicht ne okidok an den schlüssel kommen wir nicht ran der sessel gibt's da noch was this chair is so comfortable but we don't have time to sit around well Ted will probably need to at some point he's getting old huh ah I wasn't listening you just ramble on and on sometimes you didn't hear me cause you're old sagt die 10-jährige gut dann gehen wir mal raus dann gehen ach da gehen wir mal raus und gehen nochmal ne tür weiter oder reden mit Russ ob er noch ne batterie für uns hat WTF wo ist er was war das ich weiß nicht Ted Lichter Tricks ja ich glaube ich bin zu alt für das ja das Ding das Ding ja klingt richtig nicht wirklich wo ist er ein bisschen creepy